Was ist da los? Hier ist der Schmocki. Und heute teilen wir, wie lange Monte sich meine Stimme geben kann. Wie manche von euch wissen, habe ich vor ein paar Wochen ein Video zu Walking 90s hochgeladen und es hat echt eine Kettenreaktion ausgelöst, die so weit ging, dass Reza Roo ein Video dazu gemacht hat und dann im Endeffekt sogar jemand den Weltrekord im Ogralparcours mit meinen 90s gemacht hat. Und obwohl ich das Video echt viel früher als Reza Roo hochgeladen habe, muss ich mir dann solche Kommentare geben. Was mit den 90s hat doch Reza Roo hochgeladen? Reza Roo hat dazu schon ein Video gemacht. Aber nichtsdestotrotz werde ich heute noch ein bisschen meinen Senf dazugeben zu 90s und herausfinden, welche 90 Form denn jetzt wirklich die allerschnellste ist, weil das macht ja im Endeffekt wirklich den Unterschied, ob ihr eine Treppe über den Kopf eures Gegners bekommt oder andersrum. Deshalb lasst doch einfach einen Kommentar und ein Like da, falls es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Weil ohne Glocke geht es einfach nicht mehr. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018